Servus YouTube und willkommen zurück bei mir auf meinem kleinen Kanal. Heute gibt es wieder für euch Kill Your Friends Runden in DBD. Mit dabei natürlich Wallywusel, Lamia Plekt, Plenty und Xerab. Bei den beiden Damen könnt ihr auch die VODs anschauen und aus ihrer Sicht sehen, also Lamia Plekt und Wallywusel auf Twitch. Die Kanäle werden natürlich wie immer unten in den Kommentaren und im Video verlinkt, also viel Spaß dabei. Ach man weißt du, da habe ich eben keine Pause gemacht, sondern ich habe mir... Willst du noch kurz eine Pause machen? Nee, 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 eben keine Pause gemacht nach meinem ersten Stream. Weißt du, damit ich doch noch was kriege? Und dann habe ich ja alle was aufgeschrieben, ja und dann klappt es nicht. No, I'm bad in everything, Fürst Kumpan. So, it doesn't matter what I play, if I play Survivor or Killer, it doesn't matter. Alles klar, Waldelfe. Gar kein Problem. Jemand von euch ist noch nicht fertig? Ah. Das war ich. Das Lama. Ja, ich wollte halt grad noch mal gucken. Also wenn es aber sein kann, dass das Ruck da steht, statt... also statt das deutsche Ruck dann... aber Fett macht auch keinen Sinn. Nee, ne? Nee. Naja. Egal. Es ist so, wie es ist und... ja. Es kann höchstens sein, dass Ruck vielleicht eine Abkürzung ist, dann... Wenn RNG da steht. Ach, das könnte es sein. Wenn RNG da steht. Aber was könnte es dann sein? Hm. Ach, ist nicht schlimm. Jetzt ist es einfach so. Aber ich würde halt mal eine gute Kombination finden für einen Killer, weißt du? Mhm. Die für mich spielbar ist. Aber naja... Ja, ich glaube, da musst du einfach etwas spielbar sein. Das ist einfach ausprobieren. Ja. Mein Angebot steht immer noch, weil du schief gern mit dir mit mal proben willst. Ja, Problem ist, ich habe halt wenig Zeit, weil ich halt... Das ist es halt, genau. Andere Spiele wirklich lieber spiele als das. Das spiele ich eigentlich nur wegen euch, dass ich mit euch was zusammen machen kann. Sonst würde ich dieses Spiel nicht spielen. Das ist einfach noch mal. Wie bitte? Ich werde gerade hier. Hast du das gemacht? Ach du, Freddy. Ja, ja, ja. Bist du mir gerade ent... ent... gewischt? Ja. Komm, ich hab dich diesmal dafür nicht mit einer Paulette abgeworfen. Nee, das ging ja auch nicht, weil ich, äh... Weil du angehalten bist. Richtig. Alles klar, bis gleich noch da drinnen. Nee, ich hab gerade die Seite gefunden, da steht wirklich Ruck, aber das gibt's nicht. Gab's auch noch nie. Wenn da müssen, hieß ich was, weiß ich, wie das steht. Soll... Wie steht's im Laufein? So wie du im deutschen Ruck schreibst. Also R-U-C-K? Ja. Alle anderen Perks werden auf deutsch beschrieben, also es macht keinen Sinn. Keine Ahnung, wer das beschrieben hätte. Das soll angeblich der perfekte Perkbild für einen Fallensteller sein. Ich weiß... keine Ahnung. So, jetzt guck ich mir aber erstmal an, wo es hier einen Haken gibt. Hier gibt's doch wieder keinen Haken. Wo ist das, der Keller-Check? Das ist nicht schön, das ist nicht dein Keller. Da fehlt die Bau. Doch, doch, das ist mein Keller. Nee, da fehlt die Kellerboden, die ich da aufgestellt habe. Wer geht das nicht? Und wer bist du denn? Wo kommt denn was hingelegen? Was ist das? Und wir haben sowas. Hallo? Ich dachte eigentlich, ich wollte es nicht wegstehen. Was ist das? 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 Oh, verdammt, sie ist mir... wir sind nicht als Boyband aufgetreten. Plenty, wir sind die perfekte Frontfrau hier gewesen. So. Schade. Wo haben wir denn hier einen Haken? Ich krabbel schon mal unter die Palette, wenn's nichts ausmacht. Ja, natürlich. Gar kein Problem, Schatz. Dankeschön. Das ist so frech von euch, echt. Ihr wisst genau, dass er das mit mir machen könnt, ne? Das ist echt frech. Oh Gott. Oh, oh, das war... Oh, shit. Ich hab'n Fehler. Das hätte ich mit jedem gemacht. Ja. Ja, ist klar. Doch wirklich, das ist... Machen wir aber immer gleich wieder. Wir hatten auch nur Druck. Okay, das ist halt richtig asozial. Ich hab's gesehen. Das ist es, allerdings. Das ist es, allerdings. Also bei einem Random-Killer, äh... Random-Killer, der wäre jetzt gegangen. Oh nein. Wahrscheinlich, ja. Ja. Nee, das ist wieder Shadow, das will ich nicht. Da fällt der Schluffen. Was? In den Keller fällt der Schluffen. Ach so. Ja. 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 Ja, mach doch mal! Ach doch doch! Na schön, in der Rücken kann ich es nicht. Wieso sind wir nie hier raken? Ich bin nicht doof. Hallo? Boah, das ist so schön. Boah, das traut ihr euch echt nur bei mir, ne? Ne, ne, das trau ich mir vor ihm. Das mach ich aber auch. Ach, die haben euch beim Thomas hier. Oh, ich bin bei der Drohne, ich bin gefährdet. Sag ich, ich bin bei der Drohne, ich bin gefährdet. Ach, das ist schief. Verdammt! Wie selbstverständlich, ne? Aber ich hab keine Ordnung, ich find das nicht um... Ah ja. Aber ich müsste doch jetzt einen Haken sehen, oder nicht? Lass uns aufhipsen. Erst dann seh ich einen Haken. Oh mein Gott! Oh, das ist echt krass, echt krass. Also... Aber ich kann mich nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Oh,なんです im Moment aufhipsen. Oh Kann ich euch das Ausgangstor irgendwie aufmachen? Ja, ne? Erst wenn alle Generatoren am Sinn. Ach, schade. Okay. Dankeschön, Hauptmann Wardog. Das ist superlieb. Okay, ihr Lieben. Ich werde an dieser Stelle auch mal die Stimme enden. Wir sehen uns morgen wieder. Ich denke so... Ich weiß nicht, ich habe es reingeschrieben. Guckt mal in die See. Und morgen gibt es Interaktiv Valheim und ich freue mich ganz doll auf euch. Und Montagabend wahrscheinlich erst ab 19 Uhr. Na. World of Tanks. Ich schicke euch jetzt zu der süßen Lamia. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Und, ähm... Warte, ich muss das eben raussuchen. Danke, Süße. Und, ähm... Oh, kann er reiden? Und... Der E-Bulli, servus. Soll er mir gehen. Also, Lieben, steig mit ein. Habt viel Spaß bei den Süßen. Ähm... Es tut mir sehr leid. Mir macht vollkommen auch gar keinen Spaß. Von daher, ähm... Sagt mir nicht grüßen. Und, ähm... Ich sag mal... Tschüss. Bis bald. Eure Walli. Eure Walli. Untertitelung des ZDF, 2020